Hallo zusammen und willkommen zurück zu Python. Heute wollen wir uns angucken, es gibt noch ein zweites Modul, es gibt Multi-Threading und es gibt Multi-Processing und die beiden werden oftmals quasi für dasselbe gehalten, aber es gibt einen kleinen aber großen Unterschied zwischen Threads und Prozessen. Ein Thread ist tatsächlich einfach nur ein Faden eures Programms sozusagen und ein Prozess ist tatsächlich sein eigenes Programm mehr oder weniger. Das hört sich erstmal komplett idiotisch an, aber es gibt einen Unterschied zwischen Multi-Threading und Multi-Processing, vor allem auch in der Performance. Das heißt, ja, ihr habt da eigentlich schon ganz große Unterschiede und das wollen wir uns heute mal angucken. Wir starten mal mit Multi-Threading, weil ja, es gibt hier einige wichtige Eigenschaften, die sich dann vielleicht unterscheiden. Zunächst einmal ist relativ einfach und minimalistisch, sage ich jetzt einfach mal minimalistisch. Der Grund dafür ist eigentlich relativ simpel, weil eben Threads quasi in der Library von Multi-Threading, also von Python, dieser Library, die macht alles für euch. Die ist da der Nonplus-Ultra-Scheiß, der quasi echt alles für euch macht. Aber, ja, nichtsdestotrotz gibt es einige gravierende Unterschiede anderswo und zwar, die haben ein gemeinsames sogenanntes Shared Memory. Shared Memory ist so viel, wie sie teilen sich ihre Variablen. Das heißt, ihr habt bei Threads, habt ihr trotzdem die Möglichkeit, auf alle Variablen zuzugreifen und könnt die dann von mir aus verändern. Das geht. Man muss damit sehr vorsichtig sein, wenn zwei Threads aufeinander zugreifen, dann, das habe ich euch ja alles erklärt, kann es da Schwierigkeiten geben, aber sie teilen sich immer in ihre, naja, ihre Variablen eben, ihren kompletten Speicherbereich sozusagen. Das heißt, die sind super gut, wenn wir irgendwie User-Interfaces machen, also grafische Oberflächen, weil dann können wir einfach einen Thread laufen lassen, der das alles für uns brechend und dann hängt aber nicht der Rest von der grafischen Oberfläche. Okay, so, genau, was aber bei Multiprocessing ein bisschen, ah, und I.O. ist natürlich auch wunderbar damit, also Input, Output ist wunderbar damit machbar. Was allerdings jetzt bei Multiprocessing anders ist, es ist immer noch recht einfach, ich meine, wir sind hier in Python, ja, aber jeder Prozess hat seinen eigenen Memory Space. Das heißt, wir haben hier nicht nur, wir haben quasi nicht dasselbe Memory, also denselben Speicherbereich, wie bei den Threads, sondern jeder Prozess hat seinen eigenen Speicherbereich. Ihr könnt, wenn ihr einen Prozess in Python laufen lasst, zum Beispiel auch nicht auf euren Chrome zugreifen und dort Variablen plötzlich ändern, das geht nicht. Weil eben Chrome sein eigener Prozess ist und die wiederum haben alle ihren eigenen Speicherbereich. Das heißt, man kann nicht auf andere Speicherbereiche drauf zugreifen und somit ist jeder Prozess für sich selbstständig. Die können sozusagen nicht wirklich irgendwas miteinander machen. Ähm, das hört sich erstmal nach einem ziemlichen Overhead an, das führt aber dazu, dass jeder dieser Prozesse kann auf seinem eigenen CPU-Kern laufen gelassen werden. Das heißt, eigener CPU-Kern. Hier oben ist es nicht wirklich der eigene CPU-Kern, sondern es gibt sogenanntes Hyper-Threading. Hyper-Threading, das ist genau das. Damit könnt ihr sozusagen mehrere Threads laufen lassen, ähm, gleichzeitig laufen lassen, echt gleichzeitig laufen lassen, aber das ist normalerweise eine Technik der CPU, da will ich jetzt gar nicht genau drauf eingehen. Im Endeffekt, meine CPU, zum Vergleich, hat Hyper-Threading für jeden Kern, das heißt, ich kann zwei Threads gleichzeitig laufen lassen, aber eben nur zwei auf einmal. Während Prozesse kann ich im Endeffekt, also ich kann natürlich so viele wie ich möchte gleichzeitig laufen lassen, aber sie werden nicht echt parallel ausgeführt. Nur eben zwei Threads parallel werden wirklich ausgeführt, während hier beim Multiprocessing hat jeder Prozess seine eigene CPU, äh, oder seinen eigenen Kern bei der CPU. Das heißt, ich kann in meinem Fall vier gleichzeitig ausführen, ähm, während jeder dieser Prozesse kann wiederum zwei Threads gleichzeitig ausführen. Das heißt, wir sind hier schon mal noch ein deutliches Stück schneller. Ähm, okay. Wobei der Trend geht ja so ein bisschen in beide Richtungen, also wir machen Hyper-Threading und Multiprocessing, ähm, weil halt Threads für andere Sachen geil sind, wie Prozesse zum Beispiel. Okay, ähm, genau. Und das ist eigentlich schon so der wichtigste Unterschied, ähm, das führt auch dazu, dass wir, ähm, das kann ich eigentlich rausschmeißen, das ist beides einfach. Ähm, das führt eigentlich so ein bisschen dazu, dass wir auch sozusagen echte Programme als Kindprogramme spawnen und diese Kinder, das hört sich so falsch an, diese Kinder kann man töten, Kinder kann man töten. Das kann ich so nicht stehen lassen. Ihr, äh, Kind-Prozesse, Kind, schreiben wir Kind-Prozesse. Puh, schwierig, schwierig. Ähm, Kind-Prozesse kann man töten. Hier oben können wir die Kind-Threads töten, aber das ist nochmal ein bisschen was anderes intern gehandelt, weil die Prozesse, äh, die Threads sind ja an sich keine eigenen Programme. Das heißt, ich mache nichts anderes, außer sie quasi abzuwürgen, während die Prozesse, die sind tatsächlich eigene Programme, über die ich dann quasi die Kontrolle habe. Das heißt, ich kann komplett andere Programme sozusagen, ähm, hin und her ändern und verändern und vielleicht auch einfach abbrechen. Das wäre dann eben das, was ich hiermit meine. Okay, ähm, außerdem wichtig ist, dass hier Prozesse brauchen länger, bis sie erstellt werden oder bis sie erstellt sind, bis sie erstellt sind. Ähm, weil ein Prozess wirklich seinen eigenen Speicher erstmal auf der CPU, ähm, anlegen muss und auf diesem Speicher muss der dann irgendwas brechen und dann muss er seinen eigenen Speicher auch wieder zerstören, wenn er beendet ist. Also dieser, dieser Prozess, während Threads wiederum, die haben ja schon ihren Speicher, die, die haben quasi keinen Unterschied mehr. Die laufen auf einfach demselben Speicher relativ direkt los. Threads spawnen schneller, ähm, weil sie eben alle ihren, ihren Speicherbereich sozusagen schon zur Verfügung haben, während Prozesse eben alles nochmal neu anlegen müssen. Ähm, außerdem hier, Multi-Threading, da handelt Python quasi alles für euch intern. Das heißt, hier wird dann tatsächlich dieses Threading-Interface verwendet, um zu sagen, dieser Thread läuft jetzt, dieser Thread läuft jetzt, dieser Thread läuft jetzt. Hier unten, ähm, ich schreibe das auch gerade mal noch dazu, das ist eigentlich recht interessant, ähm, Python ist zuständig. Und hier unten wird das System quasi genutzt. Das heißt, das System sagt, jetzt läuft das, jetzt läuft das, jetzt läuft das. System verwaltet. Und das sind so die wichtigsten Unterschiede, ähm, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Multi-Threading ist super geil, wenn ihr irgendwie, ähm, grafische Oberflächen macht, das habe ich ja schon gesagt. Multi-Processing ist super geil, wenn ihr wirklich was sehr, sehr Schnelles, ähm, machen wollt. Also zum Beispiel, sagen wir mal einen Sortieralgorithmus, ja. Da habt ihr bei Multi-Processing noch ein bisschen mehr, ähm, was ihr aus der Leistung rauskitzeln könnt, im Vergleich zu eben Multi-Threading. Also es ist vielleicht, je nach System natürlich, es ist beides, ähm, von Vorteil. Und wenn ihr könnt, es ist natürlich hammergeil, wenn ihr beides benutzt, weil dann, äh, kann es schon echt schnell werden. Okay, das soll es für dieses Video erstmal gewesen sein. Nächstes Video schauen wir uns dann Multi-Processing an. Ich hoffe, ich konnte den Unterschied jetzt nochmal klar machen. Die letzten paar Videos, die waren so ein bisschen nicht nur auf Multi-Threading bezogen, sondern eigentlich auf beides. Und hier wollte ich jetzt mal so klarstellen, Multi-Threading und Multi-Processing, die beiden sind nicht exakt dasselbe. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.